Hallo, heute möchte ich euch den Pikes von Frodo vorstellen. Der Pikes ist ein Standardmodell von Frodo, was es schon von Anfang an gibt und gibt es ab den Größen 18 bis zur 30. Wir haben es hier mit einem wunderbaren, leichtgängigen Klettverschlussschuh zu tun, schwieriges Wort, und er punktet vor allen Dingen in der Volllederausstattung. Frodo verarbeitet ja sowieso eigentlich nur vegetabil gegabte Leder, das heißt, ich habe eine super Lederqualität, die also auch sehr, sehr angenehm für das Fußklima halt ist und zum anderen überzeugt er immer mit seinen klaren, klassischen Farben. Wir haben den Frodo oder diesen Pikes fast immer in drei bis vier Ausstattungen da, verschiedenen Farbausstattungen, sodass man auch auf verschiedene Wünsche mit eingehen kann. So, und zum anderen überzeugt der Frodo auch noch durch die herausnehmbare Innensohle. Was natürlich auch sehr schön ist, ist zum Beispiel dann immer hier diese Markierung, damit auch Eltern immer wissen, wann ist jetzt der nächste Schuh wieder fällig oder die nächste Größe wieder fällig und er überzeugt vor allen Dingen mit einer schönen, runden, breiten Zehenvariante. Das heißt, hier wird auch der Vorderfuß nicht zusammengequetscht, sondern hier haben Zehen richtig schön viel Platz zum Krallen und zum Greifen. Das andere ist halt auch immer, der Frodo fällt immer eine Nummer kleiner aus, weil es halt ein Importschuh ist und zum anderen kann ich bei diesem Schuh auch wunderbar noch die Weite verändern durch diese zweite herausnehmbare Innensohle. Und man sollte immer nicht glauben, was so anderthalb Millimeter bewirken, also es ist schon wirklich erstaunlich, wie der Sitz dann im Fuß ist. Zum anderen haben wir in der letzten Zeit auch festgestellt, Der Pikes ist wunderbar für Kinder mit Orthesen geeignet, weil er sich schön weit öffnen lässt und man hat viel, viel Spielraum. Also ein Schuh, der insgesamt sehr begeistert, manchmal mit Applikationen, meistens aber in klaren, klassischen Unifarben.